und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer runde war Thunder wir spielen Luftschlag mit dem Sascha zusammen in der Staffel ja ich spiele mal die Japaner einfach mal so zum Spaß der Sascha spielt glaube ich die Deutschen ja ich bin aber jetzt auch neu angefangen so wie ich ja auch am Anfang ist ja klar sollte man neu anfangen dann so auf jetzt wir spielen jetzt wie gesagt ich spiele jetzt mal die Japaner einfach mal so die Deutschen habe ich ja schon einiges freigeschaltet aber ich wollte mal die Japaner einfach mal testen weil die sind halt ziemlich wendig die Flugzeugen von denen und ja wir haben schon zwei drei Runden gestern gespielt zum Test auch Testaufnahmen gemacht jetzt wollen wir mal hier Gas geben wir sind doch gestern schon ich glaube die zweite Runde sind wir glaube ich Best Squad geworden sogar Best Squad geworden geworden was ein Hochdeutsch wieder hier gibt es ja gar nicht ach guck mal die sind doch die kommen doch alle für mich hier hallo da der total brutal immer oder heißt einer neuen Leben nee das ist glaube ich nur der Rang von dem aber du fließt aber ganz schön schön in die Menge da gerade ne von den Roten muss ich ja mal sagen ja was hat der denn hier lau der Herr Paton der hört sich ja gut an Kamikaatze leid oh jetzt brauchen wir mal den Obmatz hier ja ich treffe ihn nochmals definitiv nicht geschwindigkeit ritisch da hier am Mutter wieder rum haut der vor mir ab der Veräschling Treffen 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 oh den hole ich mir jetzt ah guck mal einen halben halben Kilometer Ja, schieß mal ruhig auf den Blauen, ich komme, ich komme... Und nicht die Waffe überhitzen lassen? Ja, das war mies. Oh, ist das denn wahr? Dem Dopf war ja gar nichts, hallo, Geschwindigkeit ist hier. Jetzt habe ich dich, jetzt habe ich dich. Ja, komm, 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 komm. Was ist denn da los? Oh, den kriege ich, den kriege ich, den kleinen Japaner. Mein Gott. Oh, das ist doch schön, was die kleinen Japaner. Also die Japaner sind wirklich ein bisschen bändiger, merke ich gerade, ne? Sind die auch. Deswegen wollte ich sie ja mal ausprobieren, einfach mal so. Zum Test. Jetzt stürzt doch ab, du Stimper. Oh, nein, da hat mir einer den Flügel versichert. Oh, ich kann auch weiterfliegen. Ich habe schossen, Hilfe. Wo ist denn hier der Graven? Der hilft mir nicht. Oh, jetzt ist es abgestürzt. Scheiße. Warum kriege ich denn keine Abschlusshilfe dafür? Da ist es abgestürzt, der Herr Parator. Oh, war du. Gibt es doch gar nicht. Du kannst dich, du kannst dich selbst mit einem Flügel, kannst du noch ziemlich lange rumfliegen, habe ich gerade erst gestellt. Ja, kannst du, wenn nicht, kannst ja. Oh, nicht, kannst du nicht mehr schießen. Schade. Oh, da kommen ganz schön viele Rote, ne? Da will ich jetzt nicht hin. Da kommen irgendwie fünf Stück gerade auf mich zu. Ja, die Menge habe ich gerade irgendwie besucht. Das ging auch schön nach hinten raus. Ja, irgendwie, da bist du mit dem Ugly Ginger, der hört sich ja wohl an. Hat den einen jetzt keiner abgeschossen, also der musste schon fast umgefallen sein. Da sind, glaube ich, fast alle abgeschmückt gerade. So, der Ugly Ginger, der kriegt es jetzt erst mal von mir her. So, Doppeltreffer hier. Ja, den Ginger, ach, da brauche ich ja gar nicht hinfliegen. Was? Es gibt Teamwork, da gibt es extra Punkte. Wenn wir jetzt zusammen abschießen. Oh, da kommt noch einer zu euch rüber. Oh, jetzt, jetzt kriegt er aber Besuch da, ne? Komm, komm, komm. Ja, kriegt der Treffer, yeah, Ugly Ginger. Oh, tschüss, Abschlusshilfe, sehr schön. Äh, Teamwork, komm, komm, da ist der Nächste. Aber, ich würde schossen, Hilfe. Japaner in Danger. Japaner ist in Danger. Da, die Sau. Ziehen, hochziehen. Da, der Kanu ruchs, der hat mich geschossen. Ja, der Hund, der kriegt es jetzt erst mal. Ich bin wendiger als so Freunde mit dem Japaner. Ja, ich bin zu lange, was geben. Boah, jetzt muss ich nach, da ist einer mich reingeflohen. Ich, ich brech auch noch ganz böse. Ne, der mich abgeschossen, abgeschossen. Äh, Flügel ist abgerissen. Den kriege ich. Oh, nein, nein, nein. Ich habe eine Abschlusshilfe. Nein, ich hatte da jetzt irgendwie so ein bisschen company. Ein wenig. Lassen kommen wir ganz von 400 Meter, okay? So, jetzt, äh, jetzt muss ich mich aber mal, ich werde hier ein bisschen, ne? Eine Konzentration und so, ne? Du hast dann auch geschossen, was ist los mit dir? Sehe ich da gerade. Aber du hast nur noch ein Flugzeug, ne? Deswegen sage ich das ja. Aber du kannst da unten für 10.000 Punkte, glaube ich, eine neue Mannschaft kaufen, ne? Das kann ich dir gleich mal erklären, ganz einfach mal. Du hast unten in der Leiste, da hast du noch so ein Ding, da kannst du für 10.000 Punkte ganz im vierten Flugzeug da rein setzen lassen. Da, der Obmaz, der Obmaz hört sich gut an. Obmaz hört sich gut an. Obmaz hört sich auch gerade hin. Der, der jagt auch gerade einen blauen, einen Kumpel von uns. Erst mal abkneiden. Wollen wir doch mal sehen hier, kleine Obmaz. Ah, da kommen jetzt von links auch noch welche. Scheiße. Oh, ist ja schnell. Ah, oh, oh, jetzt, jetzt kriegst du da aber Besuch, klar. Ah, ich hab Company, ich hab gerne Company, weiß ja das. Boah, hab ich nix. Oh, nein, jetzt haben die mir beide Flügel weggesicht. Oh, aber Abschusshilfe hab ich noch, Kassi. Okay, das war jetzt blöd. Ich hab ne Abschusshilfe, ich will jetzt nicht. Was ist denn mit dem Beagle Streak? Guck mal hier in unserem Team, der Chat wäre da ganz nett. Was ist denn, ne? Motherfucker, ja. So weit müsste man direkt sperren, wenn man aus dem Internet verbannen müsste man so was. Ey, was ist ein Penis? Da fliegt der von hinten in mich rein, ich geh kaputt. Ja, 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 hab ich jetzt auch, find ich grandios. Der Herr Parton wieder, weißt du? Abgestürzt, ach, hätt ich jetzt nicht, ich bin aber gelandet, ich lebe noch. Wenn die Leute dich mit dem Maschinen... Ich hab ne Landung geschafft, weiche Landung. Mit einem Flügel. Wenn die Leute dich mit dem Maschinen-Gewicht-Treffen fliegen, gehen nicht rein. Ach, das gewinnen wir doch ganz. Mit einem Flügel hab ich ne weiche Landung hingelegt, so geht das. Oh, wir haben geschafft, wir haben eine Runde, sehr schön. Wie lang waren die Runde? Die war jetzt aber nicht lang, ne? Glaub ich. Ne, die war sehr kurzweilig. Das war ja rellig. Vier Minuten. Das ist ein bisschen wenig für ein Video, ne? Für eins. Können wir, glaube ich, gleich noch eine Runde machen. Mager, ne? Würde ich auch sagen. Tatsache, wieder ein Abschuss, da war wieder eine Belohnung und hier und da. Ein Abschuss Hilfe und ein Kill. Ja. Erstmal die Forschung wieder durchjagen, finish. Hier hatte ich da mit der Forschung. Achso, ja genau. Ah, der ist noch dabei, okay. So, und ich hab ja gesagt, ich werd jetzt hier noch mal schauen. Neues 7mm hab ich fast. Ich hab nur noch kein Flugzeug, kein neues. Mach mal dich direkt bereit, bitte, in der Staffel. Ne, ne. Dann meld dich direkt an. Achso, ich soll direkt bereit machen. Ja, ja. Damit ich dich anmelden kann, hier. Ah, 7mm, ah, jetzt hab ich was gekauft, hier. Achso, ja, ich mach jetzt mal die Forschung fertig. Weil das waren, glaube ich, jetzt gerade mal 6 Minuten oder 7 Minuten. Das ist die Forschung, ne? Das ist für ein Video, deswegen machen wir direkt, machen wir direkt, machen wir schon 8. Fertig. Und die MG direkt mal noch ausbauen und einbauen. Nein, du brauchst hier nicht ausbauen. Achso, ich hab jetzt gesagt, ausbauen im Sinne von... Ne, ne. Du brauchst einfach nur, wenn du was Neues hast, brauchst du nur kaufen. Neuer Motor? Kaufen. Vorragend. Oh, ich glaub, das ist erst mal ganz schick. Ja, da, 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 da. So, was soll ich jetzt hier nicht... Achso, da, rekrutieren für 10.000... Ja, aber wenn du noch kein neues Flugzeug erforscht hast, brauchst du das nicht. Weil du hast sowieso erst nur drei. Bisschen ein neues erforscht das. Ach ja, gut, dann hab ich das... Ne, ne. Ja, ich... Mach dich mal breit da. Ich erforsche ja momentan den Bomben. Mach dich breit. Da kommen die Ditschen wieder. Die Ditschen. Ja, der ist ja schwere Jäger, ist das, ne? Der so mittel, der so... Leichte Bombe oder was das ist. Der ist nicht schlecht. Ja, ja, genau, der. Den hab ich auch schon viertel und viertel geforscht. Ja, jetzt hab ich mein Fluchtzeug ein bisschen mit... Ja, ich bin auch schon... Mit einer MG... Mit einem Marinejäger ford' ich gerade. Mit einem MG ausgestattet. Ein Marinejäger. Mit einer dickeren. Was haben wir hier noch hier so? Jetzt mal gespannt, wie... Den will ich als nächstes dann forschen. Oh, ich hab da ein Level up. Ich bin Rang 3. Rang 7. Rang 7 ist er. Rang 7 ist er, hä? Aber was ist denn mit der Wartezeit? Ach, Freunde. Tut mir ja leid, dass ihr die Wartezeit jetzt sehen müsst. Egal. Aber ein Schneideprogramm hab ich immer noch nicht. Wenigfalls kein vernünftiges... Also? Ne? Muss man das auch mit aufnehmen. Ärgerlich. Aber... Ja, irgendwann mal. Das kommt noch. Irgendwann wird auch geschnitten. Und gemalt und so. Gemalt. Ja. Ah, geht doch. Da ist er doch. Vorher schafft Krümsk. Krümsk. So, machen wir denn die Staffel mal wieder aus? Was keiner sehen? Dieses Flackerbild am Anfang, ne? Nein. Das ist auch nicht so Epileptiker. Ja, das dachte ich jetzt auch. So, dann nehmen wir uns doch mal hier wieder den... Erstmal den hier. So. Oh, ja. Attacke. Attacke Alarm wieder. Jetzt muss ich doch... Welchen hab ich denn jetzt gerade ausgebaut? Da muss ich doch damit direkt mal starten, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich nehm jetzt den Key 10 IC. Oder 1C. Ah, hier. Methan-Anstrich. Du, 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 du. Da geht doch die Post ab. Boah, die sind echt richtig. Jung, 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 jung. Da, da. Mal gucken hier. Das ist schon großgeschrieben. Der schreit uns doch nicht an. Ja, das geht gar nicht. Wir wollen immer hier vom Himmel holen. Ja, ich rieche ja ganz grandios gerade. Ich finde, ich genaue den zu. Oder der Levapski, sag ich mal. Ja, da hab ich ihn leider gerammt. Oh, da steht's ja. Das war gar nicht schlimm, weil ich schieße ihn jetzt ab. Wollen wir mal den Fall schieben? Ja, da hab ich ihn erwischt. 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 Ah, sehr geil. War aber nicht mein Kill, wenn ich hatte es richtig gesehen. Ah, da kommen wir hier den nächsten. Ne, du hast auch eine Abschlusswürfe. Wer schießt da? Ah, musst du nachladen hinter mir? Das ist schade. Ein bisschen nur was da hin. Guck mal. Ich komme! Boah, Treffer, 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 Treffer. Oh nein, und jetzt muss ich nachladen und fliege hier gerade sehr schön in die rote Rakete. Muss ich erstmal ein bisschen gucken, dass ich hier wieder wegkomme. Ich versuche gerade zu dir zu kommen, damit ich dir helfen kann. Und dann kann ich ja wieder... Ah, ich muss... Ah, Abschlusshilfe, sehr schön nach hinten. Oh, da hat mir jetzt einer richtig den Hintern gerettet. Hochzieh nicht vergessen. Da, 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 da. Wer schießt denn da auf mich wieder, welches Pack? Boah, wer hat mich denn jetzt schon wieder abgeknallt? Die Hertz. Oh, oh. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen durchstiften gehen. Okay, jetzt habe ich nur noch Einflugzeug. Das ist natürlich jetzt richtig geil. Oh, ich kriege gerade irgendwie... Oh, wann ich hier werde. Ganz, ganz, ganz easy fliegen. Ah, ich warte mal. Ich fliege jetzt in der Runde hier. War jetzt gar nicht mal so hoch. Aber da wäre es dämlich, wenn ich da jetzt reinspringe und dann die Leute nur noch den, den Zuschauerbildschirm sehen. Das wäre blöd. Oh, mein Gott. Leute, das sieht jetzt aber gerade mies aus, ne? Ja, jetzt gerade verliehen wir ja. Das ist schön. Oh, guck mal. Wen, wen, wen nehmen wir uns denn mal zur Brust hier? Boah, sind da viel vor. Oh, guck mal. Also, wer ist schon Panzerfahrer? Heiß. Ja, der ist Masslin. Naja, so. Da ist der in seinem Tätik. Ach, das ist der Rang. Ja, jetzt habe ich das auch verstanden. Der erste ist immer der Name. Ich glaube, ich komme dem gar nicht her. Dem Masslin. Dem Panzerfahrer. Ich bin da gerade. Jetzt komme ich auch nicht her. Jetzt habe ich ein Auge getroffen. Und jetzt geht der down. Auf Wiedersehen. Ne, noch ist er nicht abgegangen. Ja, noch nicht. Ich habe gerade gesehen. Einmal Waffe ist überhitzt. Mist. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ja, mein... Ah, Teambeschuss. Was? Oh, sogar mein Kill. Da, 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 da. Und da holen wir uns den nächsten Russen. Russen? Ja, nur weil die rot sind, oder was? Was hat der? Ne, der hatte Russen ja unten. Achtung, jetzt kommt er. Landung. Obacht. Obacht. Sanfte, sanfte. Dat wird grob. Oh! Ich fliege mal kurz in die Richtung der Blauen, damit die mir mal helfen kann. Ja, ich habe... Oh, mein Gott, jetzt haben die mir den Flügel abgerissen. Doch, Abschutshilfe. Da habe ich eine Abschutshilfe wieder hingelegt. Ja, guck an. Die Landung war gar nicht... Die Landung war gar nicht mal so schlecht. So war die Basis mit beerobert. Davor und... Da ist der die, hier hat er mich gerade abgeknallt. Ich habe mir nur den Flügel weggeschossen. So, ja, 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 ach, jetzt... Da muss ich schon wieder aufpassen, hier. Ja, ich auch. Ich habe auch nur noch einen, dann eine Flügel zurück. Leider. Wer ist Elena? Der Duschenkopf. Ah, den werden wir da jetzt mal ein bisschen näher dran, hier. Ja, der jagt auch gerade einen Kumpel von uns. Ich habe zweimal, glaube ich, ihn schon getroffen. So nicht. Ich kriege einmal so. Oh, der hier, der DAF-Russ hier, der ist aber... Die werden alle in Reichweite. Hallo. So. Abschutshilfe, baut ich vier. Der eine ist jetzt abgeschossen. Wollen wir, warum sind wir der letzte? Hallo, vier Abschutshilfen und drei. Was hat denn? Aber wir sitzen hier. Gibt es ja gar nicht. Ah, nein, hat er mich abgeknallt, der Sack? Der Alexey Pavlenko, der hat mich abgeknallt. Ja, guck mal, mit dem Craven zu hier. Wo ist er denn? Oh, oh, ich glaube, ich werde jetzt... Ich kriege hier gerade Schippe. Hört auf, ihr Säcke. Dann muss ich ein bisschen Kunst fliegen hier. Zeig mal. Also, hochziehen nicht vergessen. Ja, hinter dir ist einer. Der Leltos ist hinter dir. Ja, der ist ziemlich stark hinter dir sogar. Der hat mich abgeschüttelt. Na, du elender Mistkäfer. Oh, kennst du nur den Trick. Genau. Einmal drehen. Nooo. Was mache ich hier? Alles für die Kamera. Ja, ja, ich... Oh, Gott. Ja, und jetzt? Oh, ich mache immer schon. Ja, ich habe mich gerettet. Und jetzt? Also, ein bisschen Klebeband hilft auch nicht mehr. Also, da hat er eh zugrunde. Jetzt nämlich doch den noch mit ihr gekommen. Ja. Boah, hat er das überlebt? Ich gehe kaputt. Aber, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Der ist jetzt mich reingefürgen. Oh, da ist er. Oh, du bist gerade durch den Boden gefallen. Das war nicht schlecht. Ja, weil da habe ich sogar irgendwas für gekriegt. Jetzt noch. Ja, das ist aber ganz schön frech. Aber wenn du mal die Statistik anbruchst. Ganz schön arbeit. Ich habe fünf Abschlussflüge und bin letzter. Weißt du? Echt? Ja. Da haben die anderen alle. Ich habe auch noch. Und das soll hier. Der eine ist die Runde. Die Runde geht jetzt aber ganz saftig verloren. Ja, oh mein Gott. Das soll so sein. Ja gut, dafür haben wir gerade die Runde. So dermaßen niedergemäht. Ohne großartig was zu verlieren. Palio Kostas, also ich bin Grieche. Ich habe einen Motor aus. Jetzt haben die das echt nur über... Jetzt haben die das echt nur eingenommen mit drei Flugzeugen. Ne vier. Die gibt es aber noch. Na jetzt nicht mehr. Na jetzt nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Das ist halt schön an Arcade-Schlachten. Die gehen jetzt nicht so lang. Oh, wirklich viel Forschung habe ich jetzt aber nicht gekriegt. Abschlusshilfenservie habe ich hingelegt. Die drei ja. Werte. Teamwork. Ein Ab... Oh. Auszeichnung, Avenger. Jäger-Rettung. Ach doch. Oh, eigentlich verbündeten Jäger verteidigt. Ah. Oh, boah. Habe ich jetzt viel Forschung gekriegt. Gut, Freunde. Da beenden wir die Folge jetzt wieder, würde ich sagen. Wie immer, ne? Like, Kommentar, Abo, wenn euch die Folge gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal bei einer Runde War Thunder. Wir beide sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dahin. Tschüss.